Hallo, ich freue mich, bei dem Channeling Kongress dabei zu sein und ich freue mich, dass du da bist. Ich heiße Pavlina Klemm und ich bin Autorin von der Buchreihe Lichtbotschaften von den Plejadern. Die Plejada kommunizieren mit mir schon seit vielen, vielen Jahren und ich bin sehr, sehr dankbar darüber, denn sie geben uns viele Informationen, nicht nur zur Heilung, sondern auch zur globalen Situation und einfach zu allem, was gerade auf der Erde geschieht. Wir sind gerade in der Phase, wo sich jetzt viele Menschen erinnern an das Licht. Viele Menschen wachen gerade auf und das ist eine großartige Zeit, auch wenn das für viele eben anstrengend ist. Atme tief ein und aus. Und stelle dir jetzt vor, dass dein Herz wunderschön strahlt. Denn dein Herz ist der Schlüssel für alles, für die Heilung. Und jetzt kannst du deine Hände zu deinem Herzen auflegen und lass das Licht, lass die Frequenzen und alles, was du vom Universum empfangen hast, zu deinem Herzen strömen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank!